Und ich das natürlich auch noch mal mit dem Torwarttrainer besprochen haben wollte und auch mit den Torhütern noch besprechen wollte, bevor ich das definitiv irgendwo nach draußen gebe. Ja, wir haben das besprochen im Trainerteam, auch mit den Torhütern besprochen. Es wird so sein, dass Pavlas im Tor steht. Pavlas ist die Nummer eins bei uns, auch in beiden Wettbewerben. Und insofern wird er auch in Cottbus im Tor stehen. Ja, weil wir ja noch vor dem ersten Training und bevor wir als Trainerteam überhaupt zusammengekommen sind, das Ganze besprochen haben, beziehungsweise ich hier oben saß und ich das natürlich auch noch mal mit dem Torwarttrainer besprochen haben wollte und auch mit den Torhütern noch besprechen wollte, bevor ich das definitiv irgendwo nach draußen gebe. Ja, es gibt immer mehrere Argumente und man versucht natürlich auch immer irgendwo alle zufrieden zu stellen, soweit das möglich ist. Es ist im Fußball aber manchmal nicht möglich. Du musst Entscheidungen treffen. Wir wollen dort einfach eine gewisse Klarheit haben auf der Position und auch wenn wir jetzt vor der ersten DFB-Pokalrunde stehen, du weißt auch nie, wie lang so eine DFB-Pokalrunde geht und du dann vielleicht auch mal in Situationen kommst, wo du dann vielleicht auch jemanden reinstellst, der dann ganz lange nicht gespielt hat, weil du dich vielleicht vorher schon festgelegt hast. Und das sind dann eben Situationen, die man in der Vergangenheit oder die ich auch in der Vergangenheit schon mal erlebt habe, mit denen ich einfach keine so guten Erfahrungen gemacht habe. Und insofern haben wir uns dafür entschieden, dann eben dort auch mit Pavlas in beide Wettbewerber als Nummer eins zu gehen. Ja gut, bei Pavlas ist es ja so, ich meine Vorbereitung, die Spiele habt ihr auch gesehen, auch da hat er sicherlich den einen oder anderen Fehler mit dabei gehabt. Aber Fakt ist auch, dass er letztes Jahr speziell auch nach dem Winter sehr, sehr stabil gespielt hat und uns auch in den entscheidenden Spielen hin und wieder auch wirklich drin gehalten hat. Und insofern hat er natürlich auch gezeigt, welche Qualität er insgesamt hat. Vorbereitung ist eben halt auch eine Vorbereitung. Da muss eben halt auch noch nicht alles komplett funktionieren. Aber es ist eben halt auch so, dass wir jetzt in die Pflichtspiele gehen. Und wie gesagt, er hat eigentlich unter Druck in der Vergangenheit auch immer gezeigt, dass er ein sicherer Rückhalt ist. Und das ist er aktuell auch, wenn ich ihn so, wie ich ihn wahrnehme, als Typ präsent in der Art und Weise, wie er eben ist. Er ist jetzt kein Lautsprecher, aber er ist jemand, der seine Arbeit macht, der dann eben halt auch einen Fokus aufbauen kann. Und insofern habe ich dann insgesamt sicherlich, wenn auch die Testspiele von ihm gerade zu Beginn der Vorbereitung nicht fehlerfrei waren, trotzdem jetzt in den letzten zwei Wochen einen sehr, sehr positiven Eindruck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017